Natürlich störe ich. Meine Herrschaften, gestatten Sie, dass ich Ihnen nachschenke und dann werde ich Ihnen und dem Fräulein adieu sein. Erik hat eine Flasche 33 Jahre alten Whisky aus dem schottischen Hochland. Was sagen Sie, meine Herrschaften? Das ist sehr freundlich, Sturmbannführer. Erik, der 33er! Und frische Gläser! Wir wollen ja nicht, dass Sie den 33er hier mit Ihrem Gesäfter verseuchten. Wie viele Gläser? Fünf. Für mich nicht. Ich mag Scotch, Scotch mag mich nicht. Ich auch nicht, ich bleib beim Shampoos. Drei Gläser. What a... Auf ein tausendjähriges deutsches Reich. Ein tausendjähriges Reich. Ich muss sagen, ich habe genug von dem Affentheater. Haben Sie das gehört? Das ist das Geräusch meiner Walter, die direkt auf Ihre Hoden gerichtet ist. Ja, warum richten Sie Ihre Walter auf meine Hoden? Weil Sie sich eben verraten haben. Hauptsturmführer. Sie sind so deutsch wie dieser Scotch. Also, Sturm beim Führer. Schnauze, du Schlampe. Sie wollten was sagen? Ich wollte sagen, dann sind wir zu zweit. Ich habe eine Pistole auf Ihre Eier gerichtet, seit Sie hier sitzen. Ich habe ihn dann mit неб00. ib00m grid. 'sему hanno Flash an. Sie haben Ja?